Ein Box-Troll kann sich kein neues Leben aussuchen, weil ein Box-Troll nichts anderes sein will als ein schwacher, niederer Plagegeist. Aber ein Mensch... Ein großartiger Mensch... Und seine... Kollegen, besten Kumpels? Handlanger können sich dafür entscheiden, ihr Leben zu ändern. Unsere Träume sind in Reichweite. Lasst uns Traumfinger sein, Schicksalserhascher, Vorsehungsergreifer. Machen wir unsere Träume wahr und schieben sie allen in den Rachen.